Ich bin Patrick, 28 Jahre, selbstständiger Trader und Fußballtrainer. Wenn es um Äußerlichkeiten geht, mag ich am meisten an mir mein Lächeln, meine Haare und auch meinen Körper. Hast du den drauf? Yo Leute, ich bin Dennis 28 und bin Barkeeper. Da ich eher so der lustige Typ bin, komme ich eher schon so über die Schiene. Wenn es zwischen mir und einer der Mädels funken sollte, dann lass ich es funken. Ein Wunderschön, ich bin der Momo, ich bin 29 Jahre jung und bin Maschinen- und Anlagenführer von Beruf. Mein größtes Hobby ist Fitness, Sport, Schwimmen und Reisen. Die meisten Komplimente bekomme ich tatsächlich für meine Figur und für meine weißen Zähne. Als Aufreißer sehe ich mich tatsächlich nicht. Worauf ich hier tatsächlich am meisten Bock habe, ist euch wirklich eine richtig brutale Show zu liefern, Leute. Da habe ich echt Bock drauf. Freue ich mich. Ich bin Tim, 21 Jahre und Vertriebsmitarbeiter. Das reizt mich schon, die vergebenen Frauen ein wenig zu triggern. UL-BEDbeneirBS. Get the party started! Charlotte- Bis zum nächsten Mal.